Hallo Leute, ich bin hier bei Mortal Kombat Warband. Bei diesem Spiel werde ich jetzt rechnen. So. Also erstmal so. Hallo. Bei. Ja. Wer ist hier? Ich spiele ich als Donny. Ich spiele The Delos Atkins. Bei. The Game. Proud. Genau. So. Ich habe hier. Ein paar Dinge. Irgendwie will man Aufnahmen bekommen. So wie ich bin. Das ist ein Spiel. Und Blade Woman. Hier. So. Ich habe schon fleißig gespielt. Und drei Stunden wollte ich eigentlich auch spielen. Das wäre jetzt schon der vierte Part. Und ihr seid an. Und ihr seid an. Ich bin hier aber an. Okay. Ne. Ähm. So. So. Das ist jetzt schon der. Endlichste Part. Das wird jetzt der fünfte oder sechste sein. Also vierte. Aber es gab schon so viele Fehler. So viel. Mal hat er mich aufgenommen. Dann dies. Dann das. Dann das. Dann denk ich doch. Dann hat das Spiel mich nicht gemacht. Dann noch meine Aufnahmen bekommen nicht. Dann meine Schneider bekommen nicht. Und so weiter. So. Egal. Mit dem Problem. Es geht mir wirklich leicht. Eher mit diesem Part anfangen. Mit dem Spiel. Das ist das ein Schöper ist. Okay. Ungefressen. Und. Ey jetzt hat er sich. Und. Es ist krank. Ich. Ich. Schrecke mich ja die ganze Zeit. Keine Leute schreien mir jetzt über WhatsApp. Ich sag. K�chen Leute. Egal. Es tut mir wirklich leid, ich werde jetzt erst mal was für den Spiel sagen. Das ist ein Overwatch-Spiel, macht was du willst, kein Ende. Minecraft kein Ende, kein... Mach was du willst halt. Hat eine türkische Gruppe glaube ich, hat das entwickelt. Irgendwo mal gehört, dass es nie türkisch sein soll. Egal. Ja, die haben sich schwer entwickelt. Leider gibt es hier sehr viele Fehler. Englisch, also steht hier in Deutschland. Wenn nicht, dann stellt euch in die Ecke und stehend euch. Stehend euch in den nächsten drei Tagen. Dann stehen wir hier mal ein bisschen, weil keine Verdienstmöglichkeit ist. Und wenn auch keine Leute kommen, die einen eingreifen möchten und billig sind. Mal lohn!